Hallo, ihr macht euch doch nicht sofort wieder unbeliebt. Dynamo TV aus dem Sommertrainingslager in Bad Gögging wird Ihnen präsentiert von Verticales, Ihr Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Wir brauchen viele Jahre, bis wir verstehen, wie kostbar Augenblicke sein können. Diesen Satz hielt einst Ernst Verstel für sich und seine Umwelt mit einem Stift in der Hand auf Papier fest. Kostbar in der Saisonvorbereitung einer Fußballmannschaft ist seit jeher immer auch schon der Faktor Zeit. Und den will Uwe Neuhaus zusammen mit seinen Jungs effektiv nutzen, um auch in der neuen Saison kostbare und erfolgreiche Augenblicke zu erleben. Ich glaube, dass wir noch eine Menge zu tun haben. Wir wollen sicherlich auch am neuen System arbeiten. Dann haben wir gar nicht so viel Zeit zum Trainieren. Wir haben Mittwoch Stuttgart, Samstag unter Haching. Da müssen wir überlegen, wer spielt, mit welchen Systemen wird gespielt. Kann einer zwei Spiele vielleicht machen. Das wäre eigentlich kein Problem. Aber dann zwischendurch noch mal richtig hart zu trainieren, wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Von daher Training natürlich hoch konzentriert, weil es wichtige Trainingseinheiten sind. Aber so eine Schleiferei wird hier nicht stattfinden. Am Dienstagmorgen begann um 8 Uhr die Reise für Dynamos Zweitliga-Profis ins 390 Kilometer entfernte Bad Göcking. Den letzten Schliff wird sich die Mannschaft in der finalen Phase der Vorbereitung im fünftägigen Camp in Bayern holen, wo sich Uwe Neuhaus bereits bestens auskennt. Auch Marvin Schwebe gehört zum Aufgebot im Trainingslager. Nach seinem Sonderurlaub und einer Erfahrung fürs Leben steigt Dynamos U21-Europameister wieder ins Training ein. Ja, natürlich ist es auch ein super Erlebnis gewesen, eine super Erfahrung, die man mitnimmt. Und den Titel natürlich dann auch mit nach Hause genommen zu haben, obwohl man halt leider nicht gespielt hat. Ja, ist trotzdem sehr, sehr schön gewesen. Schön anstrengend soll auch die Zeit für die Mannschaft auf den Übungsplätzen im Trainingscamp werden. Neben der harten Arbeit soll hier aber auch die neue Mannschaft weiter zusammenwachsen. Damit der Geist der vergangenen Jahre und die besondere Mentalität dieser Mannschaft weiterlebt. Das sind erstmal die alltäglichen Dinge, die man zusammen verbringt. Ob es das Essen gehen ist, Frühstück, Mittagabendbrot, in den Pausen, auf den Zimmern. Das ist einfach üblich, dass man dann mehr in Kontakt mit den anderen Jungs tritt. Und vielleicht sich auch mal, das hoffe ich auch, über sportliche Sachen austauscht. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall effektiv nutzen, die Zeit, die wir hier haben. Dass man intensiv an dem arbeitet, was wir brauchen. Und da gehören halt auch zwischenmenschliche Sachen dazu. Oder halt auch kleine, individuell taktische Sachen, die Spieler untereinander besprechen können. Man ist ja hier den ganzen Tag zusammen. Man kann viele Themen aufgreifen. Man kann den ein oder anderen mal zwischen Mittagessen und Nachmittagstraining kann man nochmal nehmen. Und mit ihm einige Dinge besprechen. Die Spieler untereinander haben sehr viel Kontakt, belegen auch Wert darauf, dass sie immer in einer anderen Zusammenstellung an den Tischen dann auch sitzen. Das fördert so peu a peu. Dann wieder die Gemeinschaft. Und ich glaube, dass sich nah am Trainingslager da wirklich, dass jeder jeden kennt. Wie man schon letztes Jahr gesehen hat, wir hatten dann doch einige Spiele, wo wir vielleicht in Rückstand geraten sind. Aber das Ding entweder gedreht haben oder zumindest immer noch einen Unentschieden gerettet haben. Ja, ich glaube, dass das in der Hinsicht gar kein Problem ist. Das sieht man halt im Teamspirit. Und ja, für sowas ist wirklich das Trainingslager perfekt. Und ja, da schauen wir, dass wir wieder angreifen können. Teamgeist ist die Basis für den künftigen Erfolg. Aber nach den durchwachsenen Testspielergebnissen ist klar, dass die neue Mannschaft auch am gemeinsamen Spielverständnis arbeiten wird. Damit die Abstimmung unter den Spielern auf dem Platz bald wieder mit Leichtigkeit funktioniert. Naja, ich glaube, was auffällig ist, dass bisher jeder erstmal versucht hat, sich auf sich geachtet, seine Fehler zu minimieren, sein Spiel zu optimieren. Und wir haben es halt noch nicht geschafft, dass die Mannschaft so in jeder Situation oder in vielen Situationen an einem Strang zieht, in eine Richtung geht. Liegt vielleicht daran, dass wir eine relativ hohe Fluktuation wieder hatten, dass wieder viele neue dabei sind. Aber das muss jetzt das Kernziel sein für die nächsten drei Wochen, dass die elf, die auf dem Platz sind und egal wie das jetzt in den Testspielen verteilt ist, über 90 Minuten versuchen, in jeder Situation in eine Richtung zu gehen. Das ist uns bis jetzt sehr schwer gefallen. Ich glaube, dass es unterschiedliche Gründe dafür gibt. Wir haben sicherlich neue Spieler, die wir noch nicht so integriert haben, dass alles reibungslos passt. Wir haben sehr viele gewechselt und in allen Spielen war festzustellen, dass nach den vielen Wechseln dann immer ein kleiner Bruch zustande kam, dass das nicht reibungslos fortgesetzt wurde oder werden konnte. Nein, ich mache mir da keine Sorgen. Ich bin natürlich nicht zufrieden. Also die letzten beiden Spiele waren wirklich nicht gut und daran werden wir bearbeiten. Und wir haben jetzt noch mehr Zeit, als schon versprochen ist. Also ich bleibe noch gelassen. Danke. Danke. Danke.